Musik Ähm, ach du Scheiße Also, gibst du das Eisen da unten abbauen und ich kriege das hier oben? Ja, ich guck mal So viel Naja Komm langsam zurück Wenn ich dich gerne habe Oh Gott Zu viele Zombies So, ich muss schnell wie möglich in Tiefe gewinnen Sieht es bei dir da unten aus? Ja, alles Eisen weg Alles weg Nimm ich hier Fack mal mit Oh ja, das Gold Oh ja, stimmt, das Gold Und ein Diamanten Was? Ich glaube es kam und da geht es noch weiter Wir haben tatsächlich Wer hätte das gedacht? Oh Gott und Eisen Yay Oh mein Gott endlich Oh mein Gott Falt Schauen ob sie noch was hat Jetzt noch viel mehr Eisen Ich glaube ich bin jetzt dann bei unserer Höhle So, jetzt haben wir fünf Diamanten So, jetzt haben wir fünf Diamanten Können wir uns sogar mal durch die anderen Kram gehen Wer hat das noch? Flieg in die Lava So So Das Ding War sie gerade am Wasser? Ja, sie war gerade am Wasser Ja, sie war gerade am Wasser Ey da, ich glaube da gibt es einen Ausgang Was? Oh nein, das Skelett hat es gedacht Wo bist du? Warte, warte, warte Warte, warte Warte, warte, ich muss jetzt fest sitzen Da ist es uns Papi Slutzi Gibt es eigentlich hier unten? Diamanten Oh mein Gott Woo Woohoo Yay Diamond Party Oh 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 Redstone Oh 15 Sekunden später kommt die Todesnachricht Kleider Swim in Lava Beide gleichzeitig Oh Gott Oh Gott Es ist Lava Oh Gott Machen wir es Ja Komm Okay, fertig Eisen Eisen Und Lava von oben Hier gibt es eine Pickaxe Brauchst du eine neue? Ich habe so ein Crafting Table mit uns dabei Oh ne, okay Ja Eisen Find den Eingang nicht mehr Ohle Nichts Weisst du, was ich am meisten Angst habe? Was? Den ich wieder rausfinden Ja Wenn du Angstest dich mehr, lass zu finden Das ist aber das einfachste Prinzip Du gräbst dich einfach dann stur schräg hinauf Irgendwo kommst du dann schon raus Skelett Oh Skelett Ecke Villa mit der Ecke Ah, da bist du Sind wir jetzt hier? Wann? Oh, hier ist unser Wasser-Fahrstuhl Also hier könnten wir raus, ja Kann mal jemand kurz rauskommen? Ähm, ja ich glaube Könnten wir, ja Ich glaube dahinten gab es einen Ausgang sogar Ja Also ich komme schnell Okay Diamanten in Sicherheit bringen Ich würde das Wasser, ne? Meinetwegen Dann tötet mich doch Bist du schon draußen? Ja, ich bin am Hochschweigen Ah, ich sehe Namen, ist gut WTF? Oh Gott Oh Gott Machst du, du kannst auch abfriffen Ich habe rechts eine Bahn gebaut Genau Jetzt sieht er nicht mehr Ich höre Skelette Ich höre Skelette Ich höre ich auch Ostras? Die ganze Zeit Ja Ich bin im Wasserfall drin Ich bin im Wasserfall drin Könntest du rechts den Weg gehen? Oh, rechts Ah, guck mal da wo ich bin Da könntest du alles drauflaufen Oh, morgen Da bei der Kohle und so alles Achso, wo genau Da drüben Ah, okay Machen wir das mal Ah, Teams off Jetzt wo durch Da durch irgendwo Ah, hier War fast oben Hier Verblend Oh mein Gott, I'm creeper Oh mein Gott, oh mein Gott Fuck you Fuck you Ich wollte an dieser Stelle noch kurz einen Aufruf machen Und eine kleine Umfrage starten Könntet ihr bitte in die Kommentare schreiben Wie ihr dazu steht zu nicht Minecraft-Projekten Also Minecraft-fremden Projekten Hier los Ob es euch gefällt Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Ich habe die Absolution gehört Ja, oder ob ihr oh mein Gott schreit dazu Ich habe keinen Schaden genommen Eben 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 Ob es euch gefällt Oder ob man es eher bleiben lassen kann Weil Eben Eben Ja, weil wenn es Ne Wenn es Wenn dir das Interesse nicht gross genug ist Muss man auch keine Minecraft-fremden Projekten auf Dukan anschauen Ich glaube auch von ihr Ich wäre dankbar Ich wäre dankbar Wir wären dankbar Darüber Hier hoch einfach Wenn ihr uns mal in den Kommentaren hinterlasst Wie ihr dazu steht Oder was eure Meinung dazu ist Dankeschön Dankeschön Hier kommen ganz viele Spinnen und Zombies und Hier runter Oh Gott, ich möchte eigentlich nicht hier runter Ich habe gar nichts mehr dazu Peppa Wo? Oh mein Gott Und dann fliegst du Ich dachte du tötest ihn Ich habe Diamanten dabei Ich gehe keine Risiko ein Dann gehe ich Gehe ich ja los Stopp, stopp, stopp Boah 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 Ah, das Licht Aber Noch mehr Dunkelheit Und du hast Du baust keine Fockel mehr Ich hätte noch Fockel Ja ich bin nicht geladen bei dir Boah 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 wart wo zum teufel irgendwie rennen was er hinten werde ich glaube ja ich sehe die wäson war wirklich auch das haus groß ist überhaupt nicht groß bei weitem sieht man es ja schon ich hab drei ich sechs war das eigentlich eine gute idee die diamanten zu geben noch besser ich glaube immer noch besser als sie mir in die hand zu drücken und die diamanten sind in sicherheit ja tun wir sie alle einstück gleiche loch an wo bist du welches sie reingeworfen hier ab die sind die höhle oder in unser haus getan nein bei wasser aus wäson oben haben sie da reingepackt habt ihr noch mal in die hülle zurück ja ich gehe das zeug rennen und dann von der zeit her nicht die karotte ist immer noch nicht gewachsen die toffeln sind auch hier schön am wachsen soll ich sonst dach rauskommen ja tendenziell ja ok mach mich auf den weg wie so genau habt ihr in zwei verscheidenen gerade dann scharfe ähm ich wollte dann eigentlich hühner reintun und dann wieder fast gelaufen wieder fast gelaufen oh gott das zeug ist eigentlich voll gemüllt ähm ähm ich hab in meinen kisten jedenfalls kein redstone ich hab von einem skeletten bogen bekommen hat jemand pfeile habe ich hab noch keinen ich hab zwei ich hab neun pfeiler mehr nicht kannst du jetzt noch einen bogen dazu haben ja ich hab ich weiß wo sie sind sind in der höhle unten sind wieder zurück ja ich hab's gesehen sortieren sind wieder daaa wir ändern mal an dieser stelle die post ihr habt keine ahnung wie das irgendwie mit rein genommen wird ich weiß es noch nicht mal gucken mal gucken Wer hat eigentlich eine Lederrüstung hergestellt? Du. Das warst du selbst. In der ersten Aufnahme. Du hast die Kühe getötet und danach eine Lederrüstung draus gemacht. Wieso habe ich zwei Lederjaggen? Weil du einfach aus allem Leder irgendwelche Rüstungen...